Liebe Mörserinnen und Mörser, ist wieder so weit. Ja, so ein bisschen marktschreierisch darf das sein an solch einem improvisierten Festival. Wir haben vor 50 Jahren das erste Mörs-Festival hier gehabt im Schlosshof und begehen dieses Jahr das 50. Plus Eins-Festival. Und ich freue mich natürlich als Bürgermeister ganz besonders, dass das hier bei mir in meinem Büro eröffnet wird, so mehr oder weniger inoffiziell. Aber tatsächlich darf ich die beiden Musiker Tizia Zimmermann und Florian Walter ganz herzlich hier begrüßen. Ich kann auch gar nicht mehr viel reden, weil da draußen im Flur, und ich bitte jetzt gleich mal das auch akustisch wahrnehmbar zu machen, stehen schon die ersten Gäste, die jetzt gleich natürlich auch eine konzertante Vorstellung erwarten. Aber damit Sie nicht alleine zu Hause bleiben, wir haben bis Pfingstmontag noch so viel Programm. Sie sehen das hier so rudimentär hinter mir. Und die ganzen Merseify-Veranstaltungen, die alle umsonst stattfinden für die Bürgerschaft. Tun Sie uns den Gefallen und den Organisationen. Sagen Sie Ihnen Dankeschön für dieses 50 plus Eins-Festival nach 50 Jahren Mörs-Festival. Kommen Sie, seien Sie Gäste, applaudieren Sie, denn Sie wissen alle, Applaus ist das Brot des Künstlers. Wir freuen uns auf das 50 plus Eins-Festival hier in Mörs. Seien Sie dabei!